Die Reichsabtei Echternach in der luxemburgischen Stadt Echternach war ein benediktiner Kloster und reichsunmittelbares Territorium im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Neben großen Teilen der Konventsgebäude ist von dem Kloster die rekonstruierte Basilika St. Willibroth erhalten. Das Territorium der ehemaligen Reichsabtei Echternach liegt heute zum größten Teil in der Bundesrepublik Deutschland. Zum kleineren Teil im Großherzogtum Luxemburg und im Königreich der Niederlande die Basilika St. Willibroth und große Teile der Konventsgebäude liegen in Echternach. Als freie Reichsabtei war es reichsunmittelbar, besaß ein reichsunmittelbares Territorium und erkannte immer nur drei Herren an, nämlich Gott, Papst und den römisch-deutschen Kaiser, Wappen. Das Wappen der Reichsabtei Echternach zeigt wie fast alle reichsunmittelbaren Territorien im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation den Reichssattler des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Geschichte Gegründet wurde das Kloster vom Wandermönch und Heiligen Willibroth im 7. Jahrhundert aufgeschenkt dem Grund der Irmine von Irren. Es war das erste Iro-Angelsächsische Kloster auf dem europäischen Festland. Bekannt wurde das Kloster durch seine Arbeiten im Skriptorium. Die ersten Werke, wie etwa das Vilibra dos Evangelia, sind reich geschmückt nach der irischen Art der keltischen Kirche, in deren Tradition das Kloster Echternach stand. Im Jahre 751 wurde Echternach königliche Abtei der Karolinger. Während des Sachsenaufstandes von 782 verweilte der Bischof von Bremen, Willehard, zwei Jahre lang im Kloster. 785 bestätigte Karl der Große, der selbst das Kloster ein Jahr lang leitete, dem Kloster Echternach die von seinem Bruder Karl Manni. Gemachte Schenkung der Via Officinus Andelisa, worüber aber keine Urkunde ausgestellt worden war. Von 847 bis 973 leiteten Lein ebte das Kloster. Mit Abdrawanger aus der Abtei St. Maximeng wurde die Benediktinerregel wieder eingeführt und das Kloster gelangte wieder zu neuer Blüte. Nachdem 1016 die Abteikirche abgebrannt war, wurde am 19. Oktober 1031 durch Erzbischof Popo von Trier die neue Abteikirche geweiht. Sie war eine romanische Basilika, deren Maße etwa denen der heutigen Kirche entsprachen. Wilhelm, der 21. Bischof von Utrecht, verlieh dem Abt von Echternach in einer Urkunde vom 28. Dezember 1063 die Kasekundenverfügungsrecht über die Hälfte der Einnahmen etlicher Kirchen in Holland. Unter anderem die von Leimruiden sowie den benachbarten Siedlungen Wuburge und Rheinseeterude. Im 11. Jahrhundert blühte das Skriptorium wieder auf. Es entstanden etwa der Codex Aureus Epternesensis, der Codex Aureus Escurialensis oder der Speirer Evangelia. Der Abt Theofrit war Autor mehrerer heiligen Wieten und eines Werkes über das Wesen von Reliquien. Im Jahr 1148 bestätigte Papst Eugen III. dem Abt von Echternach den Besitz von Louis-Welt mit Samtkirche und allem Zubehör. Diese Bestätigung wurde 1161 vom Papst Viktor IV. erneuert. Der letzte Abt Emanuel im Pach von Echternach starb 1793. Es kam zu keiner neuen Abtwahl. General Kulao zog am 13. August 1794 mit den französischen Revolutionsstruppen in Echternach ein. Die letzten Mönche des Klosters waren zuvor geflohen. Die Abtei wurde geplündert und Willi Brods Grab wurde geschändet. Kloster und Klosterkirche wurden 1797 versteigert. Jean Henry Dondelinger, der sie schließlich erwarb, richtete in den Gebäuden die Fensri Dondelinger ein. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts stürzte der Chor der Basilika teilweise ein und sie drohte vollends zu verfallen. Daraufhin wurde 1862 in Echternach ein Kirchbauverein gegründet. 1868 war die Wiederherstellung der Abtei Kirche im Geist der Neuromanik vollendet und sie konnte neu geweiht werden. Seitdem ist sie Pfarrkirche von Echternach seit 1939 im Rang einer päpstlichen Basilica meiner. Im Zweiten Weltkrieg wurden Teile der Kirche gesprengt. Granateinschläge zerstörten, was stehen geblieben war. Beim Wiederaufbau wurde eine Rückkehr zum romanischen Original angestrebt. Die Turmfassade wurde der von Pareilimonial nachgestaltet. In Teilen der ehemaligen Klosteranlage ist heute das Lycée Classic d'Echternach mit seinem angeschlossenen Internat untergebracht. Abte, Willi Brot, Adalbert, Zweiter Abt, Beornrath, Dritter Abt, Erzbischof von Senz, Hertie, Erzbischof von Trier, Regenar, Leinabt, Adalhati, Leinabt, Karlmann, Sohn von Kaiser Karl dem Kahlen, Adalh 2, Leinabt, Hermanni von Schwaben, Leinabt, Siegfried I. von Luxemburg, Leinabt, Ravanger, Humbert, Regenbert, Theofried, Godefriedus. Ludwig Abt von St. Matthäus, Heinrich von Schönecken, Theoderich von Are, Johann von Winningen, 40. Abt Johann D. Neuville ist gleich Jean D. Neuville, 41. Abt Wilhelm von Kerpen, 42. Abt Erdwin von Waldeck, 43. Abt Philipp von Homburg, Peter von Gemnich, 47. Abt Nikolaus von Gemnich, 48. Abt Pierre D. Hubinus ist gleich Peter von Hübingen, 49. Abt Winnen von Gluville ist gleich Wienan D. Gluville, 50. Abt Kolinus ist gleich Kohlenplik von Euerwig, 51. Abt Francis Plik von Euerwig, 52. Abt Burjard Poschuin von Neuerburg, Robert von Monreal, Matthias von Lützerat ist gleich Matthias D. Luzerat, 56. Abt Gottfried von Asprimont ist gleich Godefruid da Primont. Antonius Hoveus ist gleich Antuin Hovei ist gleich Anton van Hove ist gleich Antonius van der Höf, 59. Abt Martin Maas ist gleich Martin Mesa, Meerbeek ist gleich Martinus Masius, 60. Abt Jean Glatz ist gleich Johann Glätt, 61. Abt Johann Bertels ist gleich Johannes Bertels, 62. Abt Pierre Richard Hütte ist gleich Petrus Richard Huttus, 63. Abt Petrus Fisch, 64. Abt Richard Pazius, 65. Abt Philippe D. Lanoi-Forsch, 66. Abt Willy Broer-Totten, 67. Abt Benedikt Sender ist gleich Benoît Sender, 68. Abt Matthias Hartz, 69. Abt Gregorius Schaupe, 70. Abt Michael Hormann, 71. Abt Emanuel Imparg, 72. Abt Prior Binsfeld, Klosterbibliothek und Skriptorium. Im Mittelalter war Echthirnach ein Zentrum der Buchmalerei. Zu den bekanntesten Werken zählen das Goldene Evangelia von Echthirnach und das Goldene Evangelienbuch Heinrichs III. Das Skriptorium der Benediktiner Abtei ist vor allem bekannt durch die Schriften, die Mitte des 11. Jahrhunderts für den Export produziert worden sind. Ein neu herausgegebener Katalog umfasst hingegen theologische, philosophische und pädagogische Handschriften aus der Klosterbibliothek, welche nur zum Teil in Echthirnach selbst entstanden sind. Auf fast 800 Seiten werden 89 Handschriften, 154 Fragmente und 18 gedruckte Bücher aus dem 7. bis dem 17. Jahrhundert beschrieben. Thomas Fallmann hier untersucht dabei erstmals die Geschichte der Klosterbibliothek, die um das Jahr 800 eine der größten des Abendlandes gewesen zu sein scheint und irische wie südeuropäische Einflüsse zeigt. Besonders erwähnenswert sind ein Blatt von Papst Gregor I. Aus dem späten 7. Jahrhundert ein Turm der Weisheit in einer Handschrift der Staatsarchivs aus dem 15. Jahrhundert. Eine Abakus-Abbildung im Einband der Riesenbibel oder die Hisperica Famina-Fragmente aus dem 9. Jahrhundert Orgel. Die Orgel der Abteikirche wurde 1953 von der Orgelbaufirma Johannes Klei errichtet und 1991 vergrößert. Das Instrument hat 74 Register, Kegeladen, auf vier Manua-In- und Pedal. Die Trakturen sind elektropneumatisch. Die Trompeteria ist an alle Manuale und das Pedal einzeln ankoppelbar. Koppeln, Normal-Koppeln, Trompeteria-Koppeln an alle Manuale und Pedal. Spielhilfen, drei freie Kombinationen, eine freie Pedalkombination, Tutti, 64-fache Setzeranlage, Crescendo-Walze, diverse Absteller. Glocken. In den Türmen der Basilika befinden sich neun Glocken von zwei Gießern. Es stellt das Tontiefsteggeleut Luxemburgs dar. Ansichten. Punkt. 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 Punkt.